wie kommt denn bitte da um so viel blut hin iiih das ist ja eklig hier ist blutig ich hab grad mich erschreckt vor meinem eigenen Gepolter die Batterie ist bald leer uiih nicht cool ok wir sind jetzt hier einmal ganz ganz kurz gesaved und ich mach wieder eine ganz ganz kurze Pause und dann sehen wir mal wie weit war noch machen auf jeden Fall muss ich jetzt erstmal ganz kurz fix den Controller anschließen sonst ist hier gleich der Saft alle das wäre irgendwie nicht so praktisch so mittendrin mal alles weg ja scheiße vor allem gerade wenn man dann wegrennen muss und dann so pop tot nicht cool so dann sag ich mal kurze Pause und dann sehen wir uns gleich wieder bis bei euch da bin ich wieder hört man mich ich hoffe und wenn nicht habt ihr Pech dann quatsche ich euch jetzt die ganze Zeit zu und man hört mich nicht ich muss mal einen Schluck trinken bevor das hier weiter geht trinkt an meine Güte ungefähr eine Stunde schätze ich mal machen wir noch dann mach ich Feierabend definitiv irgendwann reicht oder aber so ein kleines bisschen muss ich noch ich weiß gar nicht hat man mich gerade überhaupt gehört ich bin mir nicht so sicher wenn ich dann hört ihr mich spätestens jetzt aber so ungefähr nach einer Stunde ich will jetzt nicht zu laut schreien und dann ist mir vielleicht noch gar nicht danach aber nein irgendwann muss auch mal Schluss sein das ist wahrscheinlich gar nicht so verkehrt dass ich das gerade schon weggeschoben habe ich muss mal gucken wo ist er denn wo krieg ich denn jetzt was brauchte ich nochmal da habe ich das aufgeschossen ach so ja ich brauche aber irgendwie einen Schlüssel nochmal genau das ist definitiv nicht so ich weiß gar nicht sollte ich hier alter Prozent habe ich ja schon die Stelle gezeigt wo man mein Zeigefinger nicht mehr sieht ich finde das so geil ja zeigeweger oder nicht mehr vorhandener zeigefinger reichlich ist dann alles gar nicht lustig interessant aber dass das alles nicht mehr gut ist starke Selbstheilung irgendwie schüttet es mich gerade nur weil ich daran gedacht habe oh man nicht an die Selbstheilung so an diesen abkackten Finger halt ne ja ich höre ihn zwar noch aber steht er ja noch ich kann das gerade gar nicht wozu haben wir denn die Kamera zumindest steht er nicht da wo ich gedacht habe dann gucke ich mal hier weiter ich gucke weiter und ich gucke und öffne Türen die ich nicht gedacht hätte dass sie aufgeben ach hier das ist der andere Raum wahrscheinlich ne an dem ich gerade einmal vorbeigerannt bin wo er eigentlich zuerst und jetzt weiß ich noch gar nicht mehr die da oben jetzt nicht mehr gesehen ey ist auch so übel eigentlich hier spielen sich die Sachen ab, ne das ist echt nicht nett ich hab noch nicht mal angerufen ich traue mich gerade nicht aufzustehen und wir wollen ja mehr von der Geschichte sehen oder ne vielleicht lieber auch nicht ich weiß nicht die Sachen die will man eigentlich gar nicht sehen wir müssen sie uns aber trotzdem angucken alter warum schlimm ich meine es ist immer so eine Sache wenn man sowas in Filmen und in Spielen sieht ne aber ich finde das furchtbar dass es ja sowas tatsächlich auch in echt gibt so eine Menschen gibt es wirklich und aber wenn ich dann daran denke dann wird mir echt so ein bisschen schlecht einfach nur ja da verstecke ich mich noch auf Klo kotz mir an schnauze voll scheiß Verein hier Sachen die will man einfach nicht mehr wissen es gibt Sachen von denen hat man einfach irgendwann die Fresse voll so bevor ich jetzt geschnappt werde ich mag den Doktor nicht was der wohl mit mir machen würde ach mit dir machen würde gruselige Vorstellung Ria das wollen wir uns gar nicht vorstellen also ich mir nicht du dir offensichtlich auch nicht denn in der Hinsicht sind wir uns schon mal einig reicht was er mit mir machen würde er würde mir wahrscheinlich noch mehr Körperteile abschneiden diese hässige blöde Mistvieh alter der hat mir schon zwei Finger abgeschnitten der Mistpenner eigentlich müsste ich ihn dafür aufschlitzen von oben bis nach unten nein ich bin friedfertiger Mensch von daher tue ich das nicht nein du hast mich nicht gesehen habt ihr bei der Doktor gegen sie wo läuft jetzt lang genau in dem Moment wo ich jetzt über die Ecke gucke passt mal auf einer dann kommt er jetzt so Wetten ne ich hab voll nicht recht gehabt leider nie niemals nie die ich tschüss blöde Pt sollst du in der Hölle schmoren da wir uns sehen naja jetzt hat er mich wieder gesehen ich muss da hinten an den an den Schrank glaube ich ran ich bin das verstecken die Hälfte an die Wünsche nicht wegschieben aber wahrscheinlich durch die Brüder jetzt für mich nur Sinn ergeben alles andere dreht sich hier sonst im Kreis falls ich nichts übersehen hat ich verfolge er für diese Theorie riech raus aus seinem Versteck meine Profil Lalac Lalalala Lalalala Lalalalalala Nein, was machst du denn? Ja, nee, ist klar. Meine Fresse, dass die nicht mehr gut geht, ist mir auch schon bewusst, aber du hast den Doktor auf mich aufgelacht. Ah, waltetasten, waltetasten. Ja, Hilfe, Hilfe, Hilfe. Ich renne vor dir weg, weil ich gerade nicht mehr so fühlen habe. Lala Lala Dank die war es in den die Laufung von den Liebsten meine Fressen ich dachte immer sie sind dann an die Anteil ich bin ich bin die Lärmsteck die Hörer sind gleicher Jahre die wahrscheinlich machen müssen Der hätte mich gar nicht mehr gesehen. Ah, nein! Nimm deine kackten Schere weg! Wehe, du schreist. Wiederum, wenn ich hier rumkrauche. Hier. Hier verstecke ich mich gerne. Ist euch schon aufgefallen? Nein! 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 Lass mir Ruhe! Ich weiß gar nicht. Hat er mich gerade überhaupt gesehen oder habe ich gerade nur überreagiert? Sieht er mich gerade überhaupt? Sag mal. Jetzt mal ernsthaft. Bin ich hier gerade tatsächlich? Ich bin hier gerade rumgerannt und der hat das gar nicht geschnallt? Was für ein Idiot du nicht eigentlich bist. Oder wie beschränkt die KI nicht manchmal ist. Hey, gut für mich. Ich wage es jetzt nicht, mich zu besperren. Im Gegenteil. Das würde mir jetzt im Traum nicht einfangen. Das wäre furchtbar. Ich habe da noch einen Schrank beiseite zu schieben. Geh weg! Warte mal noch einen kleinen Moment. Nur zur Sicherheit. Ob ich mich schon wieder raustrauen kann? Hey, ich bin mir nicht sicher. Ich hasse dieses Spiel. Hey, jetzt muss ich hier eh aufpassen. Ist das hier wieder... Ja, ist der Raum, wo der Tut da hängt. Ich meine, er tut mir ja leid. Aber muss er mich verpetzen? Was er nicht von Arsch ist, ne? Oh nein, weh. Der verpetzt mich jetzt wieder. Hör auf zu treien. Du kriegst überhaupt nicht mit, dass ich hier bin. Du bist total in deiner Schmerztrank. Tut mir leid für dich. Aber alter. Nur weil du leidest, muss ich deswegen leiden. Ich könnte mir nicht helfen, weil ich kann nicht. Tut mir leid. Vielleicht ein andermal. So. Gut. So weit, so gut. Äh. Da ist der Schrank, ja? Er sieht mich da eh gleich. Bin mir doch sicher. Eigentlich. Und da hat er was gehört. Aber egal. Ich bin schneller. Ich hab keine Ahnung, wo ich gerade bin. Aber hey, ich bin woanders. Wo kann ich mich verstecken? Wo kann ich mich verstecken? Ich kann mich hier verstecken. Ich kann rein, rein. Bitte hör mich nicht. Bitte hör mich nicht. Bitte? Bitte? Lauf einfach an mir vorbei. Keine Ahnung. Lauf deinen Wahnvorstellungen nach. Aber lass mich in Ruhe. Oh, ich soll ja nicht schreien. Stimmt ja. Leise sein. Mensch, scht. Leise. Ich höre diese scheiß Schere, ne? Wie gerne würde ich ihm die Schere nicht sonstwohin rammen. Oh, und ihnen alle seine Einzelteile zerlegen. Diesen kuriosen Menschen. Ist er weg? Ich hab Angst. Ich hab Angst. Ich hab nur das doole Gefühl, wenn ich jetzt hier gleich rauskomme. Dann steht er am besten gleich vor mir. Davon hab ich grad echt Schiss. Ich mein, hey, wir haben uns einen neuen Abschnitt im Spiel freigespielt. Ich würde mir hier auch jetzt sehr gerne eigentlich viel umgucken. Aber Leute, hab dafür verstanden. Ja, mach ich nicht. Ich traue mich nicht. Hm, schreibe mal da auch mal weiter rum. Verdammt! Ich wollte doch nicht wieder zurück. Mann, scheiße. Ich weiß gar nicht, kann ich wirklich einmal einen Kreislaufen? ich hoffe wenn er sagt dass wenn er nicht am Arsch und ab durch die Mitte tatsächlich alle in einem Kreislaufen gehalten es läuft einfach in die andere Richtung wo darf und wie geil auch die Geist du kannst mich mal am Arsch lecken macht doch da unten was du willst mit deiner Fakten Schere das ist mir scheißegal übertriebene Freude vielleicht ein bisschen ich bin sicherheit auf die Stimme sagte sie und kamen dann irgendwo raus und so gleich wieder komplett am Arsch war würde mich nicht wundern ich sehe eine Toilette Toiletten sind gefährlich habe ich das schon mal erzählt Toiletten können gefährlich sein trotzdem kommt mir gerade dieses Bild generell so sowieso als wäre ich hier schon mal gewesen war ich nicht oder hier liegen ja keine Toten da war ich hier noch nicht aber brauchte ich nicht irgendwie Schlüssel oder kriege ich sie noch wie komme ich denn da jemals wieder zurück Fragen über Fragen niemand kann es uns sagen das Kreuz können hier sonst wo uns stecken oder ich finde diese Bilder immer so furchtbar egal in welchem Spiel ich hasse diese Bilder also jetzt nicht weil da hier so eine Fahrradtypen drauf sind sondern generell so diese schwarz weiß Bilder so von damals ich finde die haben irgendwas die haben standardmäßig für mich irgendwas gruseliges an sich wo ich irgendwie so einfach nur da zittern kriege dass die Leute die Hörer immer nicht auflegen können ich frage mich was mit denen nicht richtig ist hat die gerade was geblieben habe ich mal eingewildert ja das hat hier geblieben das habe ich nicht das ist das ist wie jetzt warum denn denn dann hatten wir doch auch nie abgesprochen ey komm ich da durch den Aufzug wieder zurück durch den Aufzug vergrüßt ich habe keine Ahnung wo ich hinlaufen soll ähm er zum Kasten ich war gerade ein bisschen so als wäre es mich aufgefallen ne oh heftig äh ja ich werde jetzt vielleicht noch ein paar mal öfter sterben damit muss sein war vielleicht kurzzeitig lieben die Frage ist vielleicht gehe ich ja auch gerade einfach eh in die falsche Richtung aber mir fällt gerade gar kein äh so würde dann mit dem Ausgang auch nichts von wo kam ich denn neiiiin jetzt ernsthaft du dann könnte der Ausgang immer nicht rein die Tür hast du hier gibt's keine Tür ok wo verpasst ich gerade den Aufgang das ist so die Frage ja ja ach ich verpasst den Aufgang da wo er gerade durchgekommen ist ich wollte Alter ja nöt ja nöt na das wird das jetzt WHAT da da komm zu komm zu komm zu und ja komm zu komm zu Kasten die Frage ist auf jeden Fall wieder zurück und dann glaube ich gerade aus oder so hat er die tür wieder zu machen oder bin ich gerade irgendwo eine kurve gerannt die ich nie in den nägel vor welche kurve bin ich denn gerade gerannt die ich gerade so schnell nicht geschnitten ich kann mich nicht von gerade aus jetzt bin ich verwirkt nee hier genau da war die tür ich hab die kurve also das ist ok ach scheiß drauf ich geh jetzt aufs ganze ich renne jetzt einfach durch die gegend das war doch irgendwo hier komm schon wo geht's raus schön dass ich das zum feuer weggeschoben habt lasst mich irgendwo ich hau jetzt ab guck mal sieht aus als ob das obergeschoss sich wegbeheben äh bewegen und gar nicht das soll jetzt nicht dein ernst auch ich bin ich dir sowas von mit nur danke dass du mich jetzt in der davon abhältst hier rauszukommen du verheiratet du verheiratet du verheiratet du verheiratet du kotz mich an du hast du hausgast da guck das da wir sehen es schon wieder schon wieder schon wieder nein verflucht noch eins blödmann blödmann und hauen weil ich dadurch ab dann sind wir eigentlich wieder in die tage höher und dann eigentlich auch weiß ich gar nicht wie viele etagen sind wir dann runter ist das nicht dieselbe eigentlich ne ist nicht dieselbe also pauschal rütteln wir mal in allen türen auch wenn mir schon klar ist wir kriegen eh die meisten nicht auf aber da wär eh okay jetzt haben wir jetzt habe ich gerade ruhe jetzt kann ich auch mal wieder ein bisschen rumstöbern aber wenn so viel hier um mich rum passiert so oh mein gott alter dann bin ich einfach nur froh wenn die leute mich nicht entdecken gehen wir runter gehen wir hoch ich hab keine ahnung ich geh erstmal hoch weil eigentlich wollen wir ja runter also ganz unwahrscheinlich eh nicht weiter gehen das die gibt die 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 noch mal über wofür sollte das jetzt gut gewesen sein ich werde ich mich nicht ich werde ich Das ist jetzt hier so der Moment, Leute. Ich kauere mich jetzt hier zusammen. Ich gebe auf. Okay? Ach, Blödsinn. Aufgeben ist das für Anfänger. Wie habe ich mich denn hier rein manövriert? Ach ja, mit Krauchung. Ich komme hier nicht mehr raus. Du bist jetzt nicht wahr.